Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, ich war mal so frei und hab ein 50.000er Päckchen aufgemacht auf der Playstation und auf der Xbox und ja, ich sag's mal vorab, es war nicht so toll. Hier kommt also das erste Paket, was ich gezogen habe. Kommt reingeflogen, der beste Spieler ist Aga gewesen, wenn ihr gesehen habt. Mit dem 82er, Vargas de Jong, Gips, Arango, Menes, Lichtsteiner, Fernandinho, Reinhardt, Xabi, Pedro, Zanetti, Paulinho, ja und der berühmt-berüchtigte Aga und das zweite Päckchen, was ich aufgezogen habe, war so schlecht, dass der Browser abgestürzt ist. Darum gibt's da leider kein Video von, aber es war auch nur Scheiß drin. Ja Freunde, das war's. Ich sage Tschüss und bis bald.